Ja Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest, jetzt in der Version 0.04, denn es gab mal wieder ein großes Update, wirklich neue Gegenstände oder irgendwelche neuen Bauten haben wir leider dieses Mal nicht dabei, aber dafür eine sehr, sehr wichtige Erneuerung, eine wirklich unheimlich wichtige Erneuerung. Die Frauen, die Frauen haben jetzt unterschiedlich große Brüste, bedeutet wir haben kleine Feste, große Weiche, vielleicht eine Mischung aus beidem, das Ganze wird jetzt auf jeden Fall richtig interessant, denn unterschiedlich große Brüste sind natürlich eine unheimlich wichtige Sache hier in dem Spiel, darauf habe ich gewartet, ich als Brustiologe werde natürlich jetzt hier nicht mehr überleben wollen, einfach nur, sondern ich werde meine Zeit hier auf dieser Insel nutzen, um wertvolle Forschungsarbeiten an der weiblichen Kannibalenbrust zu betätigen. So, wir sammeln erstmal hier die Standardsachen ein, Flugzeugfraß und natürlich ein Pädometer, kann ich mein Leben ohne Pädometer vorstellen? Ich würde sagen nein, sowas ist gar nicht mehr möglich, ein Pädometer sollte wirklich jeder in seinem Haushalt haben. So, alles wieder vom Neuen, wir alle kennen es ja, wenn irgendwas Neues kommt, müssen auch wir neu anfangen und da wären wir, mitten im Wald, mitten im Nirgendwo, das Pädometer hier können wir mal wegstecken. So, Tennisbälle natürlich auch ganz wichtig, ein Leben ohne Tennisbälle. Mann, was habe ich verpasst. So, wir looten erstmal so ein bisschen, denn auch als Brustiologe muss man natürlich sich ausgewogen ernähren, ist natürlich ein extrem harter Job. Und wir nehmen hier drüben die Elektro-Teile mit. Da bedienen wir uns direkt und zack, Moment, das nächste Päckstück. Schoko-Riegel, auch ganz besonders wichtig. Oh, hier drüben, ein Leguan, ein Eidechse. Wo ist er hin? Hier drüben ist er hin. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will ja doch gar nichts tun. Na, Mist, ich habe ihn verloren. Ah, nee, hier drüben. Ich habe gelogen. So, dann ziehen wir uns mal zurück in die Wälder und bauen erstmal unsere Basis zusammen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn hier gelandet? Es ist alles so blau und kräftig irgendwie. Die Farben sind völlig anders. Ich hätte nicht diesen Pilz essen sollen. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Aber ich hatte Hunger, war verzweifelt, habe ihn mir eben reingezogen. Und nun ja, jetzt sind die Farben ein wenig anders. Ich kann die Farben hier auf der Zunge schmecken. Haben wir hier einen Speer oder einen Stock? Einen Speer. Sehr gut. Mann, das Wasser hier ist extrem blau. Unnatürlich blau. Eine unnatürlich bedrohliche Welt. Auf Drogen angeln ist auch extrem schwierig. Dennoch habe ich es hinbekommen, weil ich ihm extrem gut bin. Komm schon. Komm schon. Lass dich doch einfach ermorden. So, und den nächsten hier drei Stück können wir mitnehmen. Können wir vier mitnehmen? Ich versuch's. Nee. Die goldenen drei. So, dreimal Fisch, einmal Eidechse. Wir sind sehr gut versorgt. Elektroschrott haben wir auch. Dann würde ich sagen, gehen wir runter zum Strand. Haben wir hier drüben eine Höhle? Kann das sein? Naja, hier drüben hätten wir sogar eine Höhle. Wollen wir direkt in eine Höhle reingehen? Es gibt noch eine neue Verbesserung. Und zwar können wir jetzt Mutanten zerstören. Und wenn ich Mutanten sage, meine ich alle Mutanten. Auch Vaginius Maximus, die Mutter aller Mutanten. Das Vagina-Monster. Heilige Scheiße. Was zur Hölle? Taschenlampen? Ja. Okay, gehen wir rein. Sehr schön. Direkt hier die moderne oder etwas modernere Axt bekommt. Die moderne alte Axt. Nennen wir sie mal so. Verflucht. Das ist ja alles wirklich extrem blau. Moment. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir schauen mal hier rein. Modern. Ich wusste es. Alles klar. Das Blau ist weg. Irgendwie mit dem neuen Update hat sich hier so ein Farbfilter reingemogelt. Wir haben auch sehr viele davon. Kann ich ganz schnell mal hier zeigen. Den hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Macht alles so ein bisschen heller. Besonders hier in der Höhle. Eigentlich sehr angenehm, der Filter hier. Da sieht alles so ein bisschen ausgeblichen aus. Aber dennoch, ich erkenne gar nichts. Alles klar. Moment. Da will ich gar nicht hin. Sondern ich will hier nochmal rein. Original. Und dann hier die Helligkeit. Drehen wir ein bisschen hoch. Und dennoch bin ich völlig blind hier in der Höhle drin. Alles klar. Die Höhle ist jetzt noch dunkler geworden. Wie solltet ihr meine Pillen nehmen, wenn ich hier unten in der Höhle rumrenne? Hallo, Kannibalen. Kleine Kannibalenmänner. Eigentlich will ich nur die Frauen sehen, denn die haben neue Brüste. Kann es sein, dass sie die Höhlen noch dunkler gemacht haben? Jetzt neu. Noch dunklere Höhlen. Man erkennt 100% gar nichts mehr. Hängt hier oben jemand? Ich weiß nicht mal genau, in welcher Höhle ich hier drin bin. Okay, wir müssen hier durch das Wasser hindurch. Irgendwas leuchtet hier drüben. Boah, ist das dunkel hier drin. Absolute Finsternis. Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Das ist gut. Natürlich, so ist es ein bisschen schwieriger, dann die Mutanten zu besiegen. Wenn man gar nichts sieht. Ich habe ein Seil gefunden. Ja, leck mich fett. Seile. Alles klar, hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen. Allein, weil ich zwei Seile gefunden habe. Finden wir die hier drin? Seile, irgendwo hier Seile. Na toll, wir können sie einsammeln. Aber wir haben sie nirgendwo im Inventar. Auch wieder super. Genau diese Art von Erneuerung brauchen wir. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir nehmen das hier und das hier. Dann nehmen wir es in die Hand. Dann sehe ich hier ein bisschen mehr. Na, bin ich genial oder bin ich genial? Noch ein Seil. Noch eine Schlinge gefunden. Wir nehmen sie mal mit. Oh, hier drüben. Jede Menge. Ich habe hier Medizin. Noch eine Axt gefunden, die mir null bringt. Kann es sein, dass ich hier in dieser Starthöhle bin? Und aus irgendeinem Grund das ganze Gebiet hier geflutet wurde? Denn normalerweise ist doch hier unten nicht so viel Wasser. Und normalerweise regnet es auch nicht in Höhlen. Ah, irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Aber wenn ich schon mal hier bin, irgendwo da hinten in der Ecke müsste die Flare Gun liegen. Hier können wir ja mal suchen. Warte mal. Boah. Orientierung. Orientierung hier in dieser Finsternis. Ist auf jeden Fall extrem. Ich habe noch einen Lappen gefunden. Noch einen Lappen. Da hinten sehe ich die Flare Gun. Habe ich Kleingeld gefunden? Boah, ich Idiot. Der alte Fehler. Der alte Fehler, wenn man hier eine brennende Flasche in der Hand hält. Ja, passiert mir immer wieder. Okay, wir haben nicht mehr unendlich Munition. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Leichen. Wir zählen sie durch. Wichtige Information. Man weiß ja nie. Jut. Ich habe die Flare Gun. Das ist schon mal sehr gut. Mit der Flare Gun habe ich ein bisschen mehr Mut. Und wir sollten uns beeilen, solange hier die Fackel hält. Aber normalerweise sind alle Höhlen miteinander verbunden. Bedeutet, wenn wir hier drin sind, in dieser Anfangshöhle, müssen wir eigentlich auch zu den anderen Höhlen rüberkommen. Normalerweise müsste das eben so sein. Aber bis jetzt habe ich hier wirklich noch gar nichts gesehen. Ich war ja auch die ganze Zeit völlig blind. Kleingeld ist sehr gut. Kleingeld. Fledermäuse. Das ist genau das, was ich wollte. Und die Fackel geht leer. Richtig geil. Gut, wir machen hier wieder den alten Trick. Denn aktuell habe ich ja keine andere Wahl. Wieso bin ich denn hier in die Höhle rein? Weil ich wieder so gierig war. Weil ich wieder irgendwie direkt das Vagina Monster bezwingen wollte. Nicht umsonst habe ich hier Elektroteile mitgenommen. Und jetzt habe ich mich hier drin verlaufen. Denn die Höhle wurde ja geflutet. Keiner lebt mehr hier drin. Die Mutanten sind ausgezogen. Irgendwo anders hin. Egal, da hinten sehe ich das Ende. Dann gehen wir hier wieder raus. Aber wieso ist die Höhle so dunkel? Ist das normal? Ist das mit dem neuen Update? Dass die Höhle jetzt deutlich dunkler ist. Alles klar. Jetzt bin ich hier im nächsten Gebiet. Und soweit ich weiß, kann man hier nach unten gehen. Und genau da will ich hin. Und dann haben wir hier dieses kleine Licht da hinten, wo wir sehen. Dann müssten wir eigentlich schon die ersten Mutanten sehen. Alles klar. Ich bin sehr beunruhigt. Hallo, Mutanten. Oh, der Regen. Ich habe eben gerade so einen Schock bekommen durch den Regen. Immer dieser Regen in Höhlen. Alles klar. Schädel. Schädel ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, um Mutanten zu finden. Ich erkenne wirklich gar nichts. Ist einfach verrückt hier drin. Irgendwas habe ich gehört. Oh, hier drüben. Die leuchten im Dunklen. Hey, die bewegen sich jetzt. Die Jungs bewegen sich jetzt. Aber ich habe keine Munition mehr. Doch, ich habe Munition. Ich habe immer noch endlos Munition. Dann brennen wir die beiden hier mal nieder. Geil. Ich habe Mutant besiegt. Ich ganz alleine. Oh, wow, 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 wow. Die schnappen jetzt zu. Ich habe sogar drei besiegt. Ich ganz alleine. Alles klar, T-Becken. Disrespect. Yo, Bitch. Okay, wo müssen wir hin? Alles klar, wir bauen hier wieder so eine Fackel zusammen. Nicht trinken, bauen. Okay, wie komme ich hier raus? Ich habe mein Ziel erfüllt. Ich habe Mutanten besiegt und geteabackt. Und jetzt bin ich hier irgendwie völlig orientierungslos in einer riesigen Höhle gefangen. Wo eventuell noch eine riesige Vagina rumrennt. Die mir eventuell riesige Probleme machen kann. Denn wir alle wissen ja, Vaginas sind auf jeden Fall gefährlich. Warte mal, hier oben sind Seile. Noch mehr Seile, die ich eh nicht einsammeln kann. Aber hey, wir haben heute viel gelernt. Mutanten sind besiegbar. Kannibalen leben nicht mehr in Höhlen. Und das Vagina-Monster rennt vielleicht irgendwo draußen an der frischen Luft rum. Warte mal, da hinten ist doch ein Ende. Da hinten ist doch ein Ende. Oder? Ich weiß es nicht. Boah, eine Fledermaus. Immer wieder diese verdammte Fledermaus. Auf die falle ich immer wieder rein. Ich habe keine Ahnung warum. Oh shit. Oh shit. Ich wünschte, ich könnte meinen Cocktail hier weglegen. Kann ich aber nicht. Einer von denen brennt. Aber ich habe die Flaire dann. Der eine hier hängt in der Luft. So schlafen die. Na, hast du größere Brüste? Hm. Sehen eigentlich immer noch genauso groß aus wie davor. Ich habe keine Munition mehr. Oh shit. Ich habe keine Munition mehr. Oh, verflucht. Okay, wir rennen. Irgendwo da hinten muss der Ausgang sein. Ich wurde belogen. Die Brüste sind gar nicht größer. Alles klar, warte mal. Der Ausgang muss irgendwo hier sein. Oh nein, eine Sackgasse. Ich komme hier nie wieder raus. Ich bin hier verloren. Für immer. Und ewig. Und immer und ewig. Warte mal, da hinten habe ich was gesehen. Oder? War da hinten was? Komme ich hier durch? Oh, wie unheimlich. Warte mal, wo bin ich denn hier? Jetzt hänge ich irgendwo. Wo bin ich hier gelandet? In irgendeinem Spalt. Aber nicht im richtigen. Warum bin ich hier rein? Das war ein riesen Fehler. Warte mal, ich bin irgendwie auf der falschen Ebene. Denn da oben hängen Kannibalen. Und hier drüben, was haben wir hier drüben? Eine Wand. Ich bin so verwirrt. Ich bin so absolut verwirrt. Hey, Kumpel. Zeig mir mal den Weg. Ach, das ist eine Frau. Durch die kleinen Brüste habe ich es gar nicht richtig erkannt. Okay, sie sagt hier hin. Aber von hier bin ich doch gekommen. Moment, jetzt bin ich hier oben. Ich bin... Wo bin ich? Wo bin ich, mein Freund? Wo genau bin ich hier? Kann es sein, dass sie einen anderen Haarschnitt hat? Boah, ich bin gestorben. Und jetzt bin ich wieder hier in der Höhle drin. Super. Großartig. Aber hey, wenigstens bin ich in der Höhle, wo ich weiß, wie man rauskommt. Immer dem Licht folgen. Immer dem Licht folgen. Oder auch nicht, ist nur eine Kerze. Überlebensregel Nummer 1 ist ein Snickers. Und nimm dir einen Lappen mit. Überlebensregel Nummer 2 Bau den Lappen mit Alkohol zusammen. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Oh, verflucht noch eins. Wie lange habe ich die schon? Das ist die Höhlenfolge. Ich werde wahnsinnig in einer Höhle. Die total verbuggt ist. Was haben die denn hier getrieben? Neues Update und... What? Okay. Die wieder in Höhlen reingehen. Die bin Höhlen. Die grupiere weit. Die Mutter. Scheiße... Die bin Höhlen.